Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Follow the Sun. Ja, die Olga müsstet ihr vielleicht schon mal in einem meiner Videos gesehen haben. Das war in einer kleinen Passage, ein kleines Interview. Und für heute hatte ich mir einfach überlegt, weil die Olga jetzt nach zweieinhalb Monaten Deutschland wieder hier auf der Insel ist, dass wir einfach mal ein bisschen plaudern. Und ja, ich denke mal auch deine Situation oder eure als Familie ist ja auch sehr interessant zu erfahren, wie man das Ganze gerade stemmt, Durchhaltevermögen, also das, was ihr gerade hier für Herausforderungen, Aufgaben bekommt, wie du speziell halt auch als Mama damit umgehst. Und das wird heute das Thema sein. Also einfach ein kleiner Talk hier mit der Olga aus Deutschland, die jetzt auf den Riffa wieder ist. Also viel Spaß. Also erstmal ganz kurz nochmal zusammengefasst, Olga ist meine Freundin in Deutschland schon gewesen und wir haben uns dann auch über Provin kennengelernt. Also quasi wir waren auch oder sind immer noch Geschäftspartnerin auch, aber mehr halt Lieblingsmensch und Freundin. Und wir sind ja ausgewandert damals und Olga ist mit ihrer Familie zu Besuch gekommen hierhin, haben sich die Insel angeschaut und Olga hat sich direkt verliebt. Der Mann wollte noch nicht so, ne? Ja, ja. Und dann war das ein bisschen Bearbeitungszeit. Und dann habt ihr letzten Endes ja auch die Entscheidung getroffen, Richtung Auswandern, Richtung neues Leben aufbauen. Hier, den Riffa. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Jetzt übergebe ich dir. Das war unsere Katze. Das war die Katze. Am Zaun weggeflogen ist. Okay, erzähl doch mal aus deiner Perspektive einfach nochmal vielleicht, wie das letzte Jahr vor allen Dingen für euch vergangen ist, weil ihr euch das ja glaube ich schon ein bisschen anders vorgestellt habt. Und es kam ja doch alles irgendwie anders. Und trotzdem, ja, haltet ihr irgendwie durch? Also wie schafft ihr diesen Spagat zwischen Pendeln, zwischen Deutschland und Teneriffa, dieses Durchhaltevermögen, dieses, ne? Du weißt, wovon ich rede. Also vielleicht übernimmst du einfach mal von hier. Ja. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten anderthalb Jahren gesagt habe, während Leben das Leben passiert, während man es plant. Und irgendwie passiert gar nichts von dem, was wir planen, so wie es kommen soll. Aber irgendeinen Grund wird es haben. Irgendwann finde ich den Grund bestimmt auch daraus. Und solange die Puste noch da ist, ist alles gut. Ja, wie ist das auch seitens der Familie? Es ist natürlich, für mich als Mama, ich weiß nicht, inwieweit meine Kinder, die sind auch relativ klein, mit fünf und neun, weiß ich nicht, wie meine Kinder das mitbekommen, zu interpretieren. Für die, so ist zumindest die Info, die ich von denen immer bekommen habe, für die gibt es zwei zu Hause. Das eine ist hier und das andere noch in Deutschland. Ja, nicht erschrecken, wir sitzen woanders und es ist auf einmal ganz dunkel geworden. Wir hatten hier nämlich einen kleinen Akku-Schwachpunkt und mussten jetzt erst mal das Gerät laden. Aber so ist das hier auf den Riffa. Genau, Olga, wir sind stehen geblieben. Bei zwei zu Hause. Genau, deine Kinder empfinden das eher so, gerade das, ja, nicht so wie ihr, natürlich als Erwachsener, als Eltern, sondern die machen einfach mit, ne? Hauptsache Mama, Papa ist dabei und einem geht's gut. Aber die haben quasi zwei zu Hause. Einmal euer Haus in Deutschland und eure Wohnung hier auf Teneriffa. Genau, richtig. Und, ähm, ja, wenn wir in Deutschland sind, heißt das, wann fahren wir nach Teneriffa? Und wenn wir auf Teneriffa sind, heißt das, wann fahren wir nach Deutschland? Oh Mann. Ja, das ist dann jedes Mal so ein kleiner Stich ins Herz einer Mama. Ähm, aber müssen wir durch, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist halt nun mal, man wächst mit seinen Aufgaben und die Aufgabe müssen wir jetzt irgendwie bewältigen. Und es funktioniert mal besser, mal funktioniert es schlechter. Das Mal, wo wir jetzt in Deutschland gewesen sind, das war für uns eine Lehre. Es war zu lang wahrscheinlich, ne? Es war zu lang. Es war definitiv zu lang. Zweieinhalb Monate bedeutet das, sowohl die Kinder als auch wir, oder ich für meinen Teil, mein Mann tickt da ein bisschen anders, ähm, haben uns dann schon wieder sehr zu Hause gefühlt. Und, ähm, es sollte ein Urlaubsfeeling bleiben, wenn man Deutschland besucht. Und dann geschieht das nicht, was dieses Mal wieder geschehen ist, dass man dann quasi alle, quasi einmal die Wurzeln wieder mal zum, ich weiß nicht wievielten Mal in diesen letzten zwei Jahren, ähm, wieder mal die Wurzeln rausreißt. Und das fühlt sich einfach fies an, das fühlt sich nicht richtig an. Und, ähm, aber jeder kriegt seine Lehrstunden. Unsere endete damit, dass ich eine kleine, meine erste Panikattacke in meinem Leben hatte. Oh nein. Aber alles gut. Wann war die? Wahrscheinlich kurz kurz. Am Abend vom Abflug, weil der Kleine anfing zu kotzen. Der hatte einen kleinen Sonnenstich. Und das war dann so, wo mein Nervensystem gesagt hat, so, bitte einmal Cut und Neustart. Und, äh, mein Mann hat mich dann ins Bett verfrachtet und, äh, hat gesagt, du bleibst jetzt liegen, ich mach den Rest. Man will natürlich auch alles gut hinterlassen und sauber hinterlassen, weil natürlich auch die Besichtigung im Haus stattfinden und ich das niemandem überlassen möchte, die Bude sauber zu machen und, ähm, da alles in Ordnung zu halten. Ich bin schon dankbar den Menschen, die es machen, ähm, dass sie auf das Haus und auf unseren Kater... Genau, das wollte ich gerade fragen. Das muss man ja auch alles organisieren, ne? Also da wieder aus dem Alltag raus, alles organisieren, wenn man dann noch Haustiere hat. Und dann, wie macht ihr das, wenn jetzt quasi Besichtigungsanfragen laufen? Wer macht das da für euch? Der Makler hat einen Schlüssel und meine Freundin wohnt ja quasi halb zu Hause, halb bei uns. Unser Haus ist dann ihr Fluchtort. Und, ähm, ihre Zuruhe kommen, Oase, sagen wir es mal so, weil sie noch bei den Eltern wohnt. Und, ähm, dafür bin ich unfassbar dankbar, dass das Haus, dass eine Seele im Haus ist und sich nichts Fremdes dort ansiedeln kann und sie natürlich auch auf den Kater aufpasst, den vor Zecken befreit und Futter gibt und, und, und. Das ist halt ein Draußenkater. Ja, und, äh, das ist enorm wichtig, ne? Dass man ja wirklich auch, äh, 100% Vertrauen hat, dass da auch weiterhin... Es ist halt immer ein Riesenakt. Sowohl dort ankommen, hier alles wieder, ähm, parat machen für die Menschen, die jetzt zweieinhalb Monate bei uns eine Wohnung gelebt haben, die wir untervermietet haben. Und, ähm, ja, also dort haben Bekannte gelebt, damit das Haus, die Wohnung einfach, ja, beaufsichtigt sich, die Pflanzen gegossen werden. Dort ist das das Haustier, hier sind die Pflanzen. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch interessant zu erfahren. Ihr habt ja in Deutschland wirklich ein sehr schönes und sehr großes Haus mit sehr, ja, wirklich viel Grundstück. Und wie ist die Situation jetzt gerade für euch, jetzt seid ihr gerade eine Woche hier auf den Riffagut, vielleicht noch nicht so lang, aber wie ist das aus so einem Haus mit so viel Garten und so vielen Räumen wieder in so eine kleine Wohnung als Familie zu viert zu kommen? Anders. Ja? Es ist definitiv was anderes mit zwei Jungs, die quasi draußen aufgewachsen sind. Also die sind wirklich von morgens bis abends, Tür auf, Kinder raus und fertig ist die Laube. Hier ist das anders. Jetzt ist im Moment mein Mann noch da. Der ist aber nicht immer da. Der muss wie in der Firma immer wieder mal zurück. Und das wird auch so bleiben. Also der ist hier quasi Besucher. Und ja, und wenn er dann nicht da ist, dann ist das besonders spannend, weil ich bin dann von morgens bis abends eigentlich mit den Kindern unterwegs, weil du kannst zwei wilde Löwen, was sie auch vom Sternzeichen sind, kannst du nicht zu Hause einsperren. Ja, klar. Also in der Wohnung geht nicht. Zwei wilde Männchen in der Wohnung, die noch nicht mal jeder ein eigenes Zimmer haben, sondern ein Zimmer sich teilen müssen, das ist im wahrsten Sinne wie im Zoo in einem Löwenkäfig. Also wenn dort zwei Männchen zum Gange sind, dann wird es nicht besonders spannend. Und ich als Skorpion dazwischen, das ist dann immer wichtig. Okay, aber ihr seid ja wirklich relativ zentral mit der Wohnung. Das heißt, der Vorteil ist, ihr habt vieles vor der Tür, könnt vieles gutgleichig erreichen. Gleichzeitig aber auch der Nachteil, wie du sagst, man muss halt immer wieder gucken und organisieren und ein Programm schaffen. Und mein Arbeitstag fängt dann an, wenn die Kinder quasi um 8, halb 9, hoffentlich, im Bett liegen. Dann fange ich an zu arbeiten. Wie ist denn gerade die Situation bei euch? Also wie verdient ihr euer Geld? Das möchten ja auch mal viele gerne wissen. Arbeitet man hier, arbeitet man in Deutschland? Wie stemmt ihr das gerade? Und danach die Frage, wie stellt ihr euch das langfristig vor, wenn es endlich mal klappt, mit eurem wunderschönen Traumhaus in Deutschland das zu verkaufen und hier dann das neue Leben aufzubauen mit der Finca? Ja, das wäre endlich mal schön, wenn das endlich mal ein Ende nehmen würde, weil man halt einfach, der Mensch hat einfach das Bedürfnis, ein Zuhause zu haben und wirklich sesshaft zu sein. Also ich gehöre definitiv dazu. Es gibt Menschen, die reisen, lieben gerne. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich habe gerne meine eigenen vier Wände, in denen ich mich bewege. Und meine Kinder haben mich diesmal in Deutschland so schön gefragt, Mama, warum unternehmen wir eigentlich so wenig? Und dann habe ich gesagt, weil ich einfach gern zu Hause will und ich hier genug Platz zum Spielen habe. Nein, aber wenn das hoffentlich in baldiger Zukunft, baldig, gibt es das? Baldiger Zukunft? Baldmöglich, sagen wir es mal so. In naher Zukunft. In naher Zukunft. Also im Moment, dadurch, dass mein Mann ja hauptsächlich in Deutschland ist und eigentlich nur immer wieder mal für ein, zwei, drei Wochen maximal hier verweilt, leben wir quasi von seinem Verdienst. Und ich bin im Online-Geschäft, im Network-Marketing. Das kann ich Gott sei Dank online managen. Das funktioniert auch. Und das ist noch so ein kleines Zubrot. Und der Plan ist aber eigentlich, die Wohnung, die wir ursprünglich gekauft haben, zu vermieten. Auch dauerhaft. Und hoffentlich dann auch an Langzeitmieter, damit man damit auch nicht so viel zu tun hat. Klar, wenn wir jetzt dauernd daran selber leben, funktioniert es nicht so gut mit der Vermietung. Das stimmt. Und ich für meinen Teil habe in den letzten zwei Jahren so viele Wandlungen schon durchgemacht und bin, oh Gott, wie er Wege gegangen, wo man, wenn mich einer vor zwei Jahren gefragt hätte, oder vor drei Jahren gefragt hätte, du, kannst du dir vorstellen, das hätte ich den da gemacht? Nein, kann ich nicht. Von gelernter Steuerfachangestellte über Network-Marketing, über, ach Gott, keine Ahnung, als Kellnerin arbeiten und sonst irgendwas, bin ich mittlerweile angekommen und fühle mich dort tatsächlich relativ heimisch. Heimisch? Heimisch, ja. Späterstunde. Beim, ja, eher in die spirituelle Richtung und mit Massagen. Das ist tatsächlich was, etwas, was ich bei Zeiten, klar, wenn man ständig hin und her pendelt, funktioniert es nicht ganz so gut, aber sobald wir hier sesshaft werden, auch aufbauen möchte, das sind bioenergetische Massagen und allgemein einfach das Wissen, was ich mittlerweile über Ernährung, über Psychologie, über Massagen, all was das ganze Universum, wo die ganzen Dinge mit einspielen, was ich ganz gerne an die Leute weitergeben würde. In welche Richtung das noch geht, weiß ich nicht. Ja, es wird sich ja formen, du weißt aber zumindest schon so grob die Richtung. Das wird die Richtung sein, in der fühle ich mich wohl und keine Ahnung, warum ich mit Steuerfragen gestellt anfangen musste, wahrscheinlich, um festzustellen. Ich war jetzt auch nicht weit weg, ich war Rechtsanwaltswacher gestellter. Wir waren eigentlich Kollegen schon damals. Schon damals, genau. Wir hätten regelmäßig telefonieren können. Und man ist ganz woanders dann letzten Endes. Ja, wahrscheinlich, um entweder seine Sachen selbst machen zu können oder um zu wissen, dass man das definitiv nicht mehr machen will. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Aber ja, in die Ebene, also in die Richtung wird sich das bewegen. Ich übe erst mal fleißig an meiner Familie mit meinem Massagegerät und dann ist es wirklich ein Massagegerät, also Handschuhe und so. Und danach wird das offiziell gemacht. Wann auch immer. Das Universum hat alles empfangen von mir, was es hätte empfangen können. Das muss es nur noch damit arbeiten können. Abwarten und Tee trinken. Es ist ja jetzt so, dass es nicht so bisher gelaufen ist, was die Auswanderung angeht, Haus verkaufen. Ich denke mal, ihr habt euch das alles doch ein bisschen, ja, vielleicht schneller vorgestellt. Und warum auch immer prüft, werdet ihr noch geprüft oder das Leben prüft euch, was auch immer, was dahinter steckt, wieso ihr vielleicht noch da bleiben sollt. Das ist jetzt mal nur so dahingestellt. Aber hattest du, speziell du jetzt auch als Mama und die treibende Kraft, sage ich mal, den Gedanken aufzugeben und so dieses in Frage zu stellen, warum klappt das alles nicht? Vielleicht soll es nicht sein. Man hat ja ganz oft diesen Impuls, wenn es nicht klappt, dann muss man es vielleicht lassen. Wieso oder was motiviert dich oder euch trotzdem dran zu bleiben an diesem Traum? Ja, die Gedanken sind ganz, ganz oft da gewesen. Ich war ja die treibende Kraft, dass wir ausgewandert sind. Das wollte ich eigentlich schon seit, ich glaube, meinem ersten Jahr in der Ausbildung habe ich gesagt, hier bleibe ich nicht. Das ist definitiv nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und mein Mann war bei der Mann immer derjenige, der gesagt hat, nee, noch einmal auswandern, das mache ich nicht mit und und und. Was heißt noch einmal auswandern? Das heißt, ihr seid so wie wir auch damals aus Russland. Aus Sibirien. Genau, aus Sibirien. Mein Mann kommt aus dem wärmeren Gefilde. Und vor 30 beziehungsweise 32 Jahren sind wir nach Deutschland gekommen und dann habe ich, oh Gott, Anfang 2000er glaube ich war das, also vor rund 24 Jahren oder vor 23 Jahren habe ich dann festgestellt, so möchte ich nicht leben. Also quasi für etwas arbeiten, wovon ich dann am Ende viel, viel weniger auf dem Konto habe und jemand anders ein anderes Thema. Das war nicht so meins. Mir war dieses, natürlich muss jeder Steuern bezahlen und sonst irgendwas, aber es war so viel. Okay. Und das war dann so etwas, wo ich dann gedacht habe, so, das ärgert mich, das hat mich immer geärgert. Und dieses morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen wollen. Abends aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen. Es war nicht so, so stelle ich mir ein Leben einfach nicht vor. Okay. Ich weiß, es ist ein Luxusproblem, aber so stelle ich mir ein Leben halt nicht vor. Das habe ich damals schon nicht vorgestellt. Und deswegen habe ich schon immer gesagt, ich bleibe hier nicht. Und mein Mann hat sich halt geweigert, weil er gesagt hat, ich wandere nicht nochmal aus. Da habe ich gesagt, du warst ein kleines Kind, du bist nicht ausgewandert, du bist mitgeschleppt worden. Und von dem, was die Auswanderung betrifft, hast du nichts mitbekommen. Naja, irgendwann kam von Hölzchen auf Stöckchen und dann kam es dann dazu, dass mein Mann vorgeschlagen hat, hier nach einer Wohnung zu schauen. Und ja, und dann funktioniert das nicht hier nicht und dort nicht, nicht so, wenn man sich das vorgestellt hat. Und natürlich auch vor allen Dingen als Mama, ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, wäre es mir relativ wumpe, ob ich jetzt hin und her fahre, wie oft ich wo bin und wie lange, das wäre mir, glaube ich, total egal. Aber ja, man hat natürlich die Gedanken, dass man da sagt, verflucht nochmal, wie kann das eigentlich sein? Bei den einen funktioniert es so schnell wie zum Beispiel jetzt bei euch und bei den anderen funktioniert es halt irgendwie gar nicht und zieht sich wie ein Kaugummi. Natürlich ist der Atem und die Puste ist dann irgendwann aus und du denkst dir, alter Schwede. Aber irgendwie... Der Traum ist größer, ne? Ja, irgendwie, ich sage halt immer, es passiert nichts einfach so und wir sind nicht einfach so hier gelandet und irgendeinen Grund wird es dafür geben oder warum man in Deutschland die Wurzeln noch nicht endgültig abreißen konnte. Das weiß nur der da oben und wir nicht und deswegen... Und mein Mann halt, der tief und entspannt ist, wie auch immer das funktioniert, als Krebs kriegt man das scheinbar ganz gut hin, der einfach nur sagt, das wird schon irgendwie werden. Ja, man hat ja auch recht. Ja, ja, schon klar. Ja, aber für jemanden, der Geduld nicht gerade gepackt hat, ist das... Ja, manchmal halt ein bisschen schwierig, aber irgendwie kriegt man das dann immer wieder hin. Wie gesagt, es gibt immer wieder Menschen, die einen auffangen und seit wir jetzt hier sind, ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um tatsächlich auch seelisch anzukommen. Ich habe es alles gesehen, ich habe es alles gehört. Ich war da, habe es ja gefühlt, aber irgendwie war die Seele noch so zwischen Deutschland und in der Luft am Hängen. Ja, das haben wir selber auch gemerkt, wo du hier warst. Das war irgendwie so, warst du eigentlich überhaupt weg? Irgendwie so komisch, ne? Und ja, so langsam kommt man halt mit dem Alltag an und Kinder sind jetzt halt wieder auf der Schule und so gestaltet sich das dann langsam. Ja, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass ihr hier wieder seid, weil jetzt können wir auch mal wieder viel machen und unterwegs sein und uns austauschen und die Zeit zusammen genießen. Ich wünsche euch natürlich, ja, oder ich drücke weiterhin die Däumchen, aber es ist nicht eine Frage, des, ja, nein, es ist eine Frage des Wanns. Also, dass es passiert, ist klar, dass das Haus verkauft wird, aber ja, Geduld. Geduld, 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 Davon haben wir ja so viel. Hab ich so viel. Aber das wird schon. Und ich sage ja, gut, es ist jetzt hier noch nicht so der Endpunkt, wie ihr euch das vorstellt mit Haus, Finca, Garten, aber das wird ja kommen. Und ihr seid jetzt hier vor Ort, das ist erst mal die Hauptsache. Also, Dankeschön. Schritt für Schritt. Für deine Offenheit und für das spontane Interview auch. Ich habe dich einfach gefragt. Man sagt, ja klar, warum nicht? Also von daher, wenn ihr noch Fragen habt an mich oder an die Olga, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wie immer nächste Woche. Und ja, wir machen jetzt Schluss. Wir gehen jetzt erst. Genau. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.